ARK in 60 Sekunden. ARK ist ein Blockchain-Connector und eine dezentralisierte Computing-Plattform, zumindest würde ich sie dort einsortieren. Die übliche Abkürzung für ARK ist ARK und ARK gibt es seit dem Jahr 2017. Was ist das Besondere an ARK? ARK will verschiedene Blockchains mithilfe sogenannter Smart Bridges miteinander verbinden. Damit soll es dann quasi möglich sein, Smart Contracts auf Blockchains auszuführen, die diese eigentlich gar nicht unterstützen. ARK unterhält dazu eine eigene Blockchain, die die Interaktionen zwischen verschiedenen Blockchains abwickeln soll. ARK soll auch ein eigenes Dateisystem erhalten, das Interplanetary File System, kurz IPFS, und ARK nutzt einen Delegated Proof of Stake, um Konsens zu erreichen, ähnlich wie BitShares oder Steam. Von ARK sind 129 Millionen Coins im Umlauf, die Blockzeit beträgt 8 Sekunden und als Konsensmechanismus kommt, wie eben schon gesagt, ein Delegated Proof of Stake zum Einsatz. Weitere Informationen zu ARK findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war ARK in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt mir unten in die Kommentare, welche Coins oder Token euch noch interessieren. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!